In diesem Video zeige ich dir das Open Mic. Das Open Mic ist das Online-Format des Open Mics der Netzwerktreffen. Das heißt, hier können Anliegen und Unterstützungsanfragen geteilt werden in Form von Diskussionen. Das Open Mic ist aufgebaut wie eine Gruppe. Diese Gruppe ist öffentlich. Du musst dieser Gruppe nur am Anfang beitreten, indem du auf diesen Bereich klickst und dann auf den entsprechenden Button klickst. Wie funktioniert es? Am wichtigsten ist eben dieser Bereich Diskussion. Du kannst hier eine neue Diskussion erstellen und hier deine Anfrage formulieren. Sobald du alles eingegeben hast, kannst du auch hier Formatieren oder Fotos etc. hinzufügen und dann auf Beitrag klicken, um die Diskussion bzw. deine Anfrage zu veröffentlichen. Du kannst auch gerne hier dieses Kästchen anklicken. Dann wirst du über Antworten auf deine Diskussion benachrichtigt. Ich zeige dir ein Beispiel, wie das Ganze aussehen kann. Zum Beispiel wird hier eine Azubi gesucht für eine bestimmte Firma. Du kannst auch einen Kontakt angeben etc. Und wenn du eine Lösung hast, eine Idee oder eine Frage, kannst du einfach auf diese Diskussion antworten. Diesem Beispiel hat das super geklappt. Hier gab es direkt eine Antwort. Diese Diskussion wird auch in dem Bereich Neuigkeiten veröffentlicht, wenn du der Gruppe Open Mic beigetreten bist. Dann kannst du auch direkt in dem Neuigkeiten Bereich darauf antworten.